Wir haben direkt Hacker drin, danke dafür. Iiii, ist okay. Wir hacken aber glaub ich schon. Wacke Aufwärmphase, ne? Wir haben extra so getan, als hätten wir nichts drauf. Das ist ja unsere Taktik. Einer ist auf dem Stein. Vielleicht nicht, melde mich an. Hacker, nice hacking. Soll er jetzt nochmal auf den Stein gehen, ihr Spasti? Boah, ich glaub so lange hat noch keine Runde gegen dich gedauert. Sehr schön, der zweite ist draußen. Plant. Hättest doch echt gewagt auf mich zu schießen, dieses Stück. Also jetzt mal abgesehen davon, dass wir hier gerade etwas in Hektik sind. Pick nicht, pick nicht, der Cheaper hackt. Aha, du hast schon angeschossen, der Bastard. Sonnenlappen. Alles gut. Innen, hab ihn, oah. Easy. Also ganz kurz, in der Hoffnung, dass diese Runde so gut wird, dass wir sie nehmen können. Wenn wir, und das ist die Challenge an euch, 100 Abos schaffen. Gehe ich zu Paul. Nehm logischerweise mein MacBook mit. Cover mich, cover mich bitte. Fuck. Die Typen tilten mich so. Moin. Der hat doch noch mit der SSG geschlossen. Ja, hat der auch noch. Na gut, ich glaub ich kann eigentlich jedes Kommentar sein lassen, weil diese Runde wahrscheinlich nicht so gut wird, dass ich sie nehmen würde. Jetzt links beim Wasser entlang. Beim Wasser ist das Wasser. Yo, der ist oben und gibt mir erstmal einen Hit durch die Wand. Und... Ich will auf deren Dings... Oha, danke, Papa. Kommentar vorformuliert. Stop. Nein, 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 nein. Oh, als ob ich... Egal, passt. Ich hab auf dem Profil schon mal nen netten Kommentar vorformuliert. Veranda. Minus Rap. Nochmal auf deinem Profil ein paar Kommentare durch. Ach sooo, die schießen mich erstmal durch die Wand an. So ne Ding ist das hier also. Der eine war eben am Spawn und hat mir nen Hackershot gegeben. Der andere war draußen. Der andere war Veranda, aber der war da. Oh, Boots, äh, beim Dingshaus. Der wahrscheinlich hier hoch kommen, ne? Ui, yo, Alter. Was ist los mit dem? Ja, ich krieg die Bomben ja nicht mal. Ich werd die holen. Die Sache ist die, die Typen sind nicht gut. Sie sind halt nur am Hacken. Möchtest du schon die Waffe hier haben? Hm, ne, nicht. Ich muss sagen, es ist fast schon lustig, wie typisch, was die Typen am Hacken sind. Aber halt leider nur fast. Jo, der hat noch 10 HP draußen. Und spring um den Stein, spring! Schön, fühlst du so teurer ausgehen? Fuck, Alter. Diese Typen sind auch nicht so aggressiv gerade, ne? Jo, da haben sie recht. Im Kreis. Oh ne. Springen, jens, 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 jens. Ach, da hinten ist der Kollege. Ja, das hab ich glaub ich aber auch schon gesehen. Wie schlecht war denn dieser Typ, ey? Okay, jetzt haben wir die bessere Seite. Okay, let's fuck them. Dann in 10 nach oben, und dann, solange es gut geht, ne? Fuck, das warst du. Oh. Oh. Oh, wer ist mit dem? Scheißidiot. Okay, komm. Jetzt keine Runde mehr abgeben, ne? No. Weiter, low. Schön. Alles klar. Ich hab einfach keine Muni. Ich hab keine Muni. Ich hab keine Muni. Wie schafft man es bei einer Vision, keine Muni zu haben? Ich weiß es doch nicht, Nick. Beide, beide oben, beide direkt oben. Sehr schön. Bitte überlebt das. Bitte, bitte. Sehr, sehr gut. Wenn die wissen, dass wir beide rushen, dann... Ja, deshalb rush ich auch nicht. ...sollte es noch jemanden geben, der den draußen Druck macht. Jeder, beide. Einer hat anhit. Ja, moin. Okay, let's fuck them. Uhu! Würde ich nicht machen. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Boah, Ehre genommen, aber sowas von. Paul, du bringst da einen Denkfehler ein. Welche Ehre? Du bist krank, krass, und du bist deutsch. Das stimmt, aber ich mein, welche Ehre haben die denn? Obwohl, ich bin eher krank, ne? Scheiße. Drinnen! Den nach unten, weil einer nach draußen ist. Was? Hol mir den ein, ich hol mir den. Okay, letzter drinnen, mit Half-Life oben. Warte, den... Ja! Oh, danke, Paul. Beide. Schön. Der eine ist unten, im Keller, Keller. Du lagst recht leeren da, ne? Ehre. Digga, wieso stehe ich 5-6-9? Ähm, Kevlaka... Und das war wieder mal die verfickt schlechteste HE, die ich in meinem Leben geworfen habe. Das... geh zurück, geh zurück, lass ich... Bin. Sehr gut. Was? Ob ich den nicht mal angehittet habe. Ähm, 10 von 10. Alter, wie schön du diesen Schüssen ausgewichten bist. Ah ja! Du wurdest nicht einmal getroffen bisher. Sehr schön. Äh, denk an die Fuß-Kit, die Fuß-Kit, Paul. Ja, hab ich nicht. Egal. Mindestens einer um... Zweiter drinnen auch. Ah, Digga, wenn wir das jetzt noch schaffen. Pass auf. Geh nicht drauf, geh nicht drauf. Ja! Da haben wir. Gieß. Ich müsste halt echt aufnehmen, weil dann hätte sie jetzt am Ende meinen Quickscope reinschneiden können. Was, du hast am Ende den Quickscope gelandet? Mhm. Weißt du was? Dir zuliebe downlaude ich mir jetzt mal ganz quick die Demo und filme den Quickscope noch mit ab. Eine Ewigkeit später. Alter, was war das für eine Runde? Weil ich call noch so aus Spaß, ja jetzt dürfen die nichts mehr droppen, ne? Wir machen es einfach. Also dann. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst doch gerne einen netten Like, einen netten Gommi und einen netten Abo da. Achso, ehrenhaft, alles. Paul, wie viele Likes auf dem Video? Ah, schon so 25.000. 26. Wenn es dir nicht gefallen hat, wie viele Likes? Äh, nicht gefallen. 135.426. Alles klar, wie viele Abos wollen wir bis morgen sehen? Den, für den Anfang. Okay, Leute, also. 25.026 Likes, wenn es euch gefallen hat. 10 Abos, sollte machbar sein. Bis dahin. Tschai. Da bist du, bis zum nächsten Mal aus. Tschau. Untertitelung des ZDF, 2020